Gehen wir kurz noch in die Aktien-News der Woche. Wir sind schon relativ knapp in der Zeit, deswegen gehe ich ein bisschen schneller durch. Wir starten mit Palantir. Dort haben wir mal wieder einen deutlichen Impuls nach oben gesehen, muss man sagen. Wir haben deutlich positive Quartalszahlen in Richtung KI und KI-Lösungen gesehen. Über Palantir haben wir ja schon öfter gesprochen. Es geht am Ende darum, Datenanalyse auch für militärische und für zivile Zwecke bereitzustellen. Also wie kann ich viele Daten am Ende in einer Software zusammenführen? Dazu wird natürlich auch künstliche Intelligenz genutzt und Palantir hat da bei den letzten Quartalszahlen doch sehr überzeugen können. Also plus 21 Prozent für die Aktie. Rheinmetall auch mit einem Folgeauftrag für das Thema Ukraine. Das heißt weitere Waffen- und Munitionssegmente, die dort ausgebaut werden, Kapazitäten, die ausgebaut werden. Es gab einige Analystenziele, die daraufhin angehoben wurden. Dementsprechend hat die Aktie dann so einen Durchbruch nach oben geschafft, hat auch die Bollinger Bänder nach oben durchbrochen und hat sich dann weiter in so ein Momentum, in so ein positives Momentum begeben. Also hier 12 Prozent die Aktie im Plus. Kurzer Blick noch auf die Uber-Aktie. Die haben wir uns in der letzten Woche ja angeschaut. Das sieht man hier. Wir hatten so eine kleine M-Bewegung und dann so einen schönen Abpraller potenziell nach oben, der sich dann hier, sieht man das nochmal, dann wirklich manifestiert hat. Das heißt schöne Bewegung von Uber nach oben und im Kern kam es davon, dass das Geschäft sich einfach grundsätzlich weiterhin positiv entwickelt. Insbesondere das Kernsegment Mobility entwickelt sich sehr positiv. Ganz anders sah es dann bei Monster Energy aus. Da muss man sagen, fahren die Energydrinks mal unter den Erwartungen. Also wir kennen das ja eigentlich von den ganzen großen Energy-Herstellern, die in den letzten Jahren überproportional profitiert haben. Die Kursziele sind da immer weiter durch die Höhe geschossen. Jetzt mal ein kleiner Dämpfer hier für Monster Energy oder Monster Beverage, wie am Ende das Unternehmen heißt. Hier muss man sagen, ja, gibt es ein bisschen schwächelnde Nachfrage und eventuell gibt es hier halt neue, verstärkte Konkurrenz von neuen Energy-Angebietern, die ja gerade auch in vielerlei Hinsicht in den USA als Popularität gewinnen. Wo so es auch nicht so gut aus, ja, aber den Quartalszahlen von Novo Nordist, das ist jetzt hier immer wieder Meckern auf hohem Niveau, aber die Umsatzprognose für die GLP-1 basierten Medikamente, also für das Thema Abnehmen, Spritzen, wurde ja so ein bisschen verfehlt in dem letzten Quartal, muss man sagen. Und dementsprechend waren auch die Erwartungen der Quartalszahlen nicht ganz so positiv. Für das Gesamtjahr wurde die Prognose aber nach oben angehoben und das wurde dann am Ende ja relativ schnell wieder revidiert, dieses Minus-6-Prozent-Ziel, denn die Ila-Lili-Zahlen, die waren schon deutlich positiver in diesem Quartal schon und hier wurde ebenfalls das Gesamtjahr nach oben korrigiert für genau diese Abnehmenspritzen. Also das Thema ist weiterhin sehr, sehr signifikant und beide Aktien haben letztendlich davon profitiert. Im Ila-Lili da aber mit einem etwas stärkeren Momentum. Continental hat relativ gute Zahlen geliefert. Im Verhältnis muss man sagen, wir sprechen hier von ziemlich niedrigen Niveaus, aber dann doch besser als gedacht, wie es oftmals so ist. Und Continental hat dann einen überraschend hohen Gewinn geliefert. Allerdings wurde auch die Jahresprognose dann doch wieder gesenkt. Also nur 9% von sehr tiefen Niveaus hier für Continental. ASML hat dafür mal wieder so einen kleinen Lichtblick in der Richtung gesehen, dass die Lithographie-Maschinen doch wieder mehr nachgefragt werden, mehr exportiert werden. Und auch das Thema Exportbeschränkungen in China scheint sich da zumindest so ein bisschen zu lockern für die etwas älteren Maschinen und ASML könnte halt davon genau profitieren. Wer hat gar nicht profitiert? Ja, Puma, minus 20% muss man sagen. Deutlicher Umsatzrückgang, deutlicher Gewinnrückgang und das ist ein bisschen verwunderlich gewesen, denn Adidas hat ja zuletzt eher positive Zahlen berichtet. Man hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass Puma da mitziehen kann. Allerdings ist das Großhandelsgeschäft weiterhin so ein kleines Problempferd von Puma und damit reiht sich Puma eigentlich in eher die weiteren großen Sportartikelhersteller ein. Wir haben es bei Nike gesehen, wir haben es bei Lululemon gesehen, also einige negativere Zahlen dort. Und Puma hat sich dort, kann man sagen, ganz gut in die Mitte eingereiht. Auch die Commerzbank hat sich, ähnlich wie auch bei der Deutschen Bank, in das negative Umfeld hier, muss man sagen, aktuell eingereiht. In dem Fall ist die Risikovorsorge deutlich angezogen worden. Das hat dann den Gewinn nach unten korrigiert und dementsprechend, ja, hat auch die Aktie 10% verloren. Airbnb ebenfalls dann in so einen kleinen Sog gekommen und zwar in den Sog des etwas schwächelndes, den Tourismusgeschäftes. Auch das haben wir in der letzten Woche schon gesehen. Da hat sich hier so ein Ausbruch nach unten angebahnt, nachdem man diesen schönen Trendkanal nach oben verlassen hat. Ja, die Quartalszahlen haben dann doch relativ signifikant diese Korrektur bestätigt und die Aktie ist bis auf 110 US-Dollar nach unten gesunken. Damit, ja, muss man sagen, hat man fast die Jahresgewinne jetzt, könnte man sagen, wieder abgegeben. Und ja, das schwächelnde Tourismusgeschäft scheint also auch bei den großen Anbietern durchaus ein Thema zu sein. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Thema, Evotec. Und da muss man sagen, ist ja ein deutsches Biotechnologieunternehmen. Grundsätzlich ist der Geschäftsausblick einfach schlechter gewesen. Umsatzanpassungen, Rückgänge, insbesondere hohe Kosten waren da ein Thema. Das heißt, hier sieht es auch nicht ganz so grün aus. Und einen Wert, den haben wir noch, den haben wir zumindest uns auch hier im Chart angeguckt, nämlich Supermicro. Die haben ebenfalls deutlich nach unten korrigiert, muss man sagen. Die Zahlen rund in dem Chip-Sektor waren letzte Woche nicht sehr berauschend. Einige haben hier deutlich verloren. Supermicro hat sich so ein bisschen damit eingereiht, ist auch deutlich nach unten weggerutscht. Also die Aktie hier ebenfalls etwas im Abwenden. Bis zum nächsten Mal.